Die AZI Anlagenbau AG mit Sitz in Altdorf ist spezialisiert auf die Planung, den Bau und die Montage von Fördertechniken und anderer technischer Einrichtungen. Die planerische Ausarbeitung und der Bau der Anlagen vereint die ISO 9001 zertifizierte AZI unter einem Dach. Das gewährleistet, dass sie während des gesamten Herstellungsprozesses auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden eingehen und Ideen so effizient und effektiv umsetzen kann. Durch ein flexibles Plasma-Schnittcenter ist die AZI in der Lage, kostengünstig und schnell Bauteile anzufertigen. Hohe Präzision und saubere Schnitte sind garantiert. Sämtliche Teile, welche die AZI produziert, entsprechen der Herstellernorm EN 1090. Dank modernster Technik kann die AZI alle Metalle bearbeiten, sei es für Neuproduktionen, Anpassungen oder Umbauten bestehender Teile. Auch das Abkanten und Richtpressen von Metallteilen jeglicher Größe gehört zum Angebot. Des Weiteren zeichnet sich die AZI durch ihre Spezialschweissungen aus. Sorgfältig und gewissenhaft erfüllen geprüfte Schweisser die individuellen Wünsche der Kundschaft. Fachliche Kompetenz, moderne Infrastruktur und ein Auge fürs Detail sind die Grundpfeiler der AZI Anlagenbau AG und stellen die Realisierung von qualitativ einwandfreien Anlagen sicher. Fachlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020